Schönen guten Abend, mein Name ist Heribert Denzer. Ich bin Bereichsleiter in Theresienheim in Saarbrücken. In unserem heilpädagogischen Zentrum betreuen und fördern wir Kinder Tag und Nacht. Aber auch die Eltern sind herzlich willkommen bei uns. Und jetzt drücke ich allen Mitspielern die Daumen, die ein Megalos haben. 10 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 8, 3. Bei 1.000 Euro fallen auf die 5, 5, 6, 3, 10.000 Euro auf die 8, 9, 6, 2, 7, 100.000 Euro auf die 0, 0, 1, 4, 4, 1. Und den höchsten Gewinn von einer Million Euro im ersten Rang gewinnen die Megalose mit den Endziffern 6, 2, 5, 1, 5, 0, 8. Herzlichen Glückwunsch! Mein Tipp, ein Los der Deutschen Fernsehlotterie ist ein tolles Geschenk für einen lieben Menschen. Vielen Dank fürs Mitspielen und bis zur nächsten Woche!